Der Pinsel hat eine spitz zulaufende Keramikspitze. Damit gelingt dir ein blasenfreier Gelauftrag ebenso wie die verschiedensten Nail-Art-Varianten. Auch das exakte Ziehen der Smiline kannst du dir durch die Keramikspitze erleichtern. Der Keramikpinsel. Ideal vom ersten Modellageauftrag bis zum letzten i-Tüpfelchen auf dem Nagel. Pretty Nail Shop. Jedes Mal ein Päckchen Glück.